Sportliches Mittelfeld, stockende Investorensuche, Streit um Aufsichtsratschef Patrick Banff. Aus dem Trainingslager zurück auf dem Betzenberg braucht der FCK dringend die Wende. Allen Gremiumsmitgliedern ist bewusst, dass die anstehenden Aufgaben nur gemeinschaftlich in dieser Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung bewältigt werden können. Nach dem 15. März 2019 wird sowohl im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e.V. als auch im Beirat der 1. FC Kaiserslautern GmbH und Co. KGAA eine Rotation des Amtes des Vorsitzenden und des Stellvertreters geprüft. Somit haben nun auch die Profis ein wenig Zeit, durch den sportlichen Erfolg wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Der Klub hinkt auf dem 11. Tabellenplatz den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher. Ja, da kann ich euch beruhigen. Da zieht auf jeden Fall jeder voll mit. Jeder ist da Profi genug und packt sich auch an die eigene Nase, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber ja klar, wir hatten es jeder am Anfang der Saison, aber wir wollen jetzt von Spiel zu Spiel gucken. Langfristig zu denken bringt jetzt, glaube ich, in dieser Phase gar nichts. Das achttägige Trainingslager im warmen Süden Spaniens hat gut getan. Jetzt steht die heiße Phase in der Liga im Fokus. Es war ein rundum gelungenes Trainingslager, fand ich, und es hat viel Spaß gemacht, neue Erkenntnisse gesammelt. Und jetzt natürlich geht es die letzte Woche. Wir haben minus sieben Grad heute Morgen gehabt, das ist eine Umstellung, aber auch das kriegen wir hin. Nach dem 3-0-Sieg in der heutigen Generalprobe gegen den FC Homburg geht es für den FCK am Samstag gegen Großasbach um die ersten drei Punkte des neuen Jahres. Ganz klar, es ist einfach Gewinn, von mir aus auch dreckig. Das ist uns allen, ja, kann ich mich nur nochmal wiederholen, völlig egal wie das ist, wir wollen einfach nur gewinnen. Die SG Sonnenhof Großasbach hat die letzten fünf Spiele allesamt nicht gewonnen. Wenn es nach Ex-SG-Trainer Sascha Hildmann geht, dann darf das auch im sechsten Spiel der Fall sein. Philipp Köhl hat mit ihm gesprochen. Sascha Hildmann ist seit dem sechsten Dezember des vergangenen Jahres der neue Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Mit dem Wintertrainingslager in Spanien hat er jetzt auch mal eine längere Zeit mit der Mannschaft verbracht. Und ja, Herr Hildmann, welches Fazit ist denn zu ziehen nach dem Trainingslager in Spanien? Dass wir in Spanien sehr gute Bedingungen hatten, dass wir uns gut vorbereiten konnten auf die restlichen Spiele der Saison. Und dass ich die Mannschaft wirklich gut kennengelernt habe und sie mich auch nochmal besser kennengelernt hatten, und dass wir dann dort in Ruhe und sehr konzentriert arbeiten konnten. Vor der Saison gab es viele Neuzugänge beim FCK bei der Mannschaft. Wie wichtig ist auch nochmal so ein Trainingslager, nicht nur um sich gegenseitig kennenzulernen, sondern damit sich die Mannschaft auch noch näher zusammenrückt? Also ich spreche es an. Das ist eine gute Möglichkeit, dass die Mannschaft sich noch besser kennenlernt, noch enger zusammenrückt und noch mehr als Einheit auftreten kann nach außen. Neuzugänge war auch mal ein Thema. Es hieß aber, wenn, dann machen wir gegen Ende der Vorbereitung noch was. Wie ist da der aktuelle Stand? Immer noch genau so. Es sollte sich nichts irgendwie ändern, dass wir jetzt Verletzte bekommen oder dass wir da Schwierigkeiten bekommen sollten bezüglich, dass vielleicht der ein oder andere Spieler noch abgegeben wird. Dann werden wir unserem Team vertrauen, unserem Kader vertrauen und dann mal schauen, was bis zum 31. Januar einfach noch passiert. Bis zur Winterpause stand der FCK jetzt auf dem 11. Platz. Am Samstag geht es los gegen Großarztbach. Die sportliche Führung macht trotzdem noch den Aufstieg als Ziel. Wie realistisch ist das? Ist es auch zum Teil großer Druck auf die Mannschaft? Diese Zielsetzung war von Anfang an gegeben. Wir sind natürlich auch immer in der Lage, solche Spiele, oder wir wollen viele Spiele gewinnen, sagen wir es mal so. Und was am Ende dabei rauskommt, wird man dann sehen. Natürlich versuchen wir, so weit wie es geht, nach oben zu rutschen und dann mal gucken, was noch geht. Jetzt war in den letzten Tagen öfters zu lesen, dass es beim Thema Investorensuche Querelen gibt beim Aufsichtsrat. Inwiefern tankiert es die Mannschaft oder ist das überhaupt ein Thema bei der Mannschaft? Es ist natürlich ein Thema bei der Mannschaft, aber das müssen wir ausblenden. Wir haben unsere Aufgaben hier im Verein und unsere Verantwortung. Wir müssen uns auf die Spiele vorbereiten. Und alles andere können wir nur sehr schnell beeinflussen. Doch mal Stichwort Vorbereitung bei den Spielen. Was muss jetzt die Zielsetzung sein, auch von Spiel zu Spiel? Wie möchte man die Spiele auch angehen, hier gerade vielleicht auf verheimischer Kulisse? Wir wollen natürlich offensiv Fußball spielen. Wir wollen versuchen, die Gegner unter Druck zu setzen. Wir wollen wieder eine gewisse Heimsteiger entwickeln, die uns immer ausgezeichnet hat hier beim FCK, wie ich sie auch schon lange kenne. Und darin wollen wir uns hinentwickeln und darauf arbeiten wir hin. Alles klar, Heldmann. Vielen Dank. Gerne. Gerne.